einen wunderschönen guten morgen aus hamburg so nun sind alle niederlassungen versorgt mit den neuen venex ford v710 tourneo custom so hier jetzt in dem schicken gray matter in mühlheim kerle steht er in magnetic und in darsing steht er in weiß so hier natürlich vollausstattung der 170 ps allrad diesel immer natürlich mit automatik immer mit dem schwarz lackierten aufstelldach das ist standard jetzt bei denen nicht mehr in wagenfarbe und natürlich level 2 ausstattung die unterscheidet sich im hinblick auf level 1 dann hauptsächlich durch assistenzsysteme und verfügbarer oder fest verbauter standheizung noch ein paar kleinigkeiten display etc aber nichts wirklich gravierendes ja ich finde den in der farbgestaltung super super schön ansonsten natürlich technisch etc alles auf dem allerneuesten stand hier noch mal kurz der t6 von der next natürlich der klassiker ja beides hat wie immer vor und nachteile ja wir haben hier immer auch diese grau lackierten felgen egal wie die außenfarbe ist das ist immer gleich wir haben hier diese diesen schicken aufkleber auf der rechten seite das ist standard bei wer next der ist immer da so noch mal so ein bisschen die schicke heckpartie das ist ja echt cooles auto kann man nicht anders sagen so außenstrom hinten rechts kommen wir gleich noch mal im detail zu ausstellfenster in den beiden schiebetüren ist natürlich auch noch mal wichtig zu erwähnen dass das fahrzeug grundsätzlich mit zwei schiebetüren geliefert wird also im ersten moment stecken viele ohr brauche ich nicht habe ich auch gedacht fakt ist super ja hier haben wir mal eine andere ausstattung wie wir es bisher gesehen haben die haben wir einen dunklen holzboden empfindlich sieht sehr schick aus weiße möbel mal als kontrast zu den sonst grauen möbeln kann natürlich hin und her tauschen wie man möchte hier haben wir das grill quatsch koch und kühlschrank modul das gibt es dann auch nur als kühlschrank dann ist er größer das gibt es auch nur als kochfeld dann ist und gar kein kühlschrank wenn das spülmodul wenn hier die aguti bank der vorteil an dieser aguti bank ist gegenüber den schniele und reimo bänken dass man die rückenlehne schräg stellen kann auf der anderen seite ist der bettenbau dadurch ein bisschen komplizierter man hat immer eine extra matratze die man noch braucht ja wie gesagt alles immer vor und nachteile beide sitze drehbar beide sitze höhenverstellbar das gibt es bei vw nicht da ist wenn ich einen drehsitz habe dieser nicht mehr höhenverstellbar das heißt hier wirklich für jede körpergröße geeignet hat wahnsinnig viel beinfreiheit also viel viel mehr als im t6 natürlich das viel modernere cockpit das ist ganz klar das ist auch echt hoch auflösend natürlich alle assistenzsysteme geschaltet wird über diesen kleinen schaltstock an der längsäule wir haben induktive ladung hier unten wir haben usb a und c cupholder elektrische handbremse also das ist natürlich alles auf einem ganz ganz anderen niveau dann haben wir hier einmal den blick von oben ein flemmiger herd ganz simpel kommen wir gleich noch mal wenn wir die schiebetür aufmachen hier das kleine spülbecken hier haben wir noch längere kabel komme ich auch gleich zu weil man das kochmodul wenn man möchte auch inklusive kuschauer nach draußen stellen kann oder auch wenn man nur das kochmodul hat kann man einfach mit einer schraube lösen und raus stellen wenn man draußen kochen möchte hier haben wir das display vom level 2 das zeigt nicht die aktuelle uhrzeit sehe ich gerade wir können hier licht an und aus machen wir können hier die leuchten auch noch mal dimmen den farben geben wir können natürlich die standheizung darüber bedienen wir können hier neigungsmesser machen gutes beispiel wenn man den man nivellieren möchte dann kann man das selber machen indem man hier rechts unten auf die ecke drückt und dann einfach null dreht so das haben wir dann gleich mal gezeigt wie es geht ja ansonsten zeigt er natürlich den ladezustand der aufbau batterie die befindet sich hier unter dem fahrersitz mit einem sehr versteckten hauptschalter ich hoffe dass das noch geändert wird weil das ist in der tat nicht so toll das ist im t6 besser gelöst wir haben jetzt neu hier unten drunter einen tisch der war vorher lose der ist jetzt in so einer tasche ist ein rolltisch den man aufbauen kann drin und draußen benutzen kann finde ich eine super sache und auch gut verstaut dann gehen wir einmal nach hinten da haben wir einmal hier natürlich rückfahrkamera das ist klar die ganzen parksensoren et cetera dann haben wir hier hinten ein weiteres staufach sehr clever gelöst das ist nämlich ein hohlraum gewesen für gar nichts und jetzt ist da so ein eingearbeiteter art sack wo man echt viel unterbringen kann dann haben wir hier das berühmte flexi board das heißt damit kann man das bett bauen beziehungsweise braucht das dann auch um das bett daraus zu bauen dann haben wir hier die leuchte so ein bisschen hier eine kochstelle mit 220 volt anschluss das ist der juristische trick um die wohnmobilzulassung zu bekommen das ist standard hat jedes fahrzeug hintergrund ist die kochmodule sind ja module sprich rausnehmbar damit wäre natürlich keine wohnmobilzulassung zu erhalten ja hier hinten haben wir dieses große paket matratze das ist clever untergebracht aber man muss es eben dabei haben um das bett daraus bauen zu können wir mal auf diese seite hier venext etwas dezenter als auf der anderen seite gleich für die fab kombi einfach super cool ja es passt auch zum aufstelldach und so dann machen wir jetzt hier mal die schiebeltür auf hier sieht man die möbel von der rückseite hier kann man gut erkennen diese basisplatte auf der die beiden vorderen module stehen wenn man nur ein modul nimmt ist die basisplatte auch kann man auch kürzer nehmen ansonsten die doppelte vorteil ist man hat jetzt hier wirklich nur noch diese beiden schrauben also pro modul eine die dreht man eben raus jetzt sind auch tragegriffe dran und kann das modul raus geben es ist wirklich eine sache von 10 15 sekunden und dann ist das modul weg die elektrische verbindung die kann ich einfach hier ganz schnell lösen und da sind wir wieder bei dem langen kabel ich kann das lange kabel jetzt hier anschließen und kann es hier oder hier dann an das modul anklemmen und das modul wie gesagt dann auch herausstellen wenn man das möchte ansonsten ja kleines waschbecken typischer wasserhahn nichts besonderes wir haben hier noch versteckt da noch zwei usb auch sehr hilfreich für die fahrgäste hinten ja jetzt gibt es einen kleinen moment im vase nicht viel stauraum also gefühlt dreimal so viel in der tür wie im t6 haben sie echt clever gemacht ja hier noch mal ein blick aufs lenkrad also alle assistenzsysteme sind da die bildschirme sind wirklich wirklich gut aus ein bisschen zum fahrer hin ähnlich wie im bmw so ein bisschen in die richtung geneigt dann ja winterpaket lenkrad sitzheizung und so weiter und so weiter und so weiter also volle hütte was auch ein cooles feature ist ist dieser doppelte spiegel wenn man sich daran gewöhnt hat ist das eine tolle sache hat deutlich besseren überblick wie ich finde ja was ist noch zu sagen es gibt ihn als 136 ps fronttriebler auch diesel es ist immer gekoppelt und dann kann man sich jeweils level 1 oder level 2 dazu wählen das kann man machen wie man möchte und es soll irgendwann hybrid fahrzeuge geben es soll demnächst voll elektrisch irgendwann geben es kommt auch noch benziner aber ich denke mal für die allermeisten macht der diesel am meisten sinn er fährt sich sehr weich er ist toll gefedert also ich mag das als reisewagen also keine sportliche abstimmung der t6 ist deutlich härter leise durchzugs stark zumindest jetzt hier in der 170 ps variante er kommt leider nur immer mit sommerreifen es gibt keine option dass man ganzjahresreifen kriegt das ist ein bisschen schade aber das ist bei vielen herstellern so ja ansonsten kann man hier die bank natürlich ganz von vorne bis nach hinten ziehen man setzt sie auf die bank zieht den hebel und fährt sie ganz nach vorne was ganz ganz tolles ist dass man die rückenlehne stufenlos von so bis ganz flach einstellen kann das heißt leute die auf langreise das ein bisschen bequemer machen möchten können die lehnen ein bisschen runter klappen wenn man sich hinflitzen möchte beide türen sind auf die sonne knallt ein bisschen wind dann kann man sich hier auch herrlich einfach hinflitzen und das raumgefühl hatte ich schon mehrfach gesagt ist einfach sensationell und dieser ausblick zu beiden seiten ebenso dach beleuchtet sowohl das unter also die unterseite der matratze ist beleuchtet als auch die das dach oben das kann ich über eine app steuern ich habe da hinten eine zwangsbelüftung das raimo dach bietet alle möglichkeiten der öffnung alles getrennt ich kann hier komplett zu machen ich kann das fliegengitter lassen ich kann auch das fliegengitter öffnen ich habe hier diese sky lounge funktion dass ich alles aufmachen kann vorne die scheibe bleibt immer die kann ich nur dunkel machen hier oben habe ich auch noch eine zwangsbelüftung auch hier wieder fliegengitter oder ganz öffnen also das ist schon ist schon super selbstverständlich hat die matratze auch die tellern teller das heißt da schlafe ich echt gut ich persönlich habe mir da noch so eine gymnastik matte drunter gelegt kriegt man das dach auch zu cup holder links rechts schwanhals beleuchtung links rechts hier noch mal ein kleiner blick in den schrank hier sind die beiden frischen abwasser kanister hier haben wir noch mal usb kühlschrank kompressor für die fahrzeuggröße echt gut wie gesagt gibt es noch eine nummer größer wenn man auf den gasherd verzichtet ja farbgestaltung wie gesagt es gibt einen hellen fußboden hier mit den dunklen es gibt weiße möbel anthrazitfarbene möbel das weiß macht natürlich so ein bisschen heller und die arbeitsflächen obendrauf die sind immer gleich wunderschön gearbeitet fühlt sich ganz toll an macht ein schönes ambiente zu den staufächern es wird für die hinteren beiden scheiben links rechts stautaschen geben von busbox die müssten eigentlich in kürze kommen ebenso verdunklungsset etc also das heißt da bleiben dann auch am ende keine wünsche offen so ja ich hoffe ihr habt so einen kleinen eindruck bekommen ob es von dem schönen fahrzeug es wird ihn demnächst auch in schwarz geben im moment leider noch nicht gray matter finde ich persönlich super cool dann das magnetic das so ein dunkles anthrazit praktisch fast genau die farbe von den felgen das da ist das fahrzeug natürlich wirkt es etwas seriöser sag ich mal hier ist es so ein bisschen ja ein bisschen mehr outdoor charakter wie gesagt anzuschauen jetzt überall an allen unseren drei standorten hat ein bisschen gedauert aber jetzt sind sie wie gesagt alle da und lieferzeiten sind relativ schnell so in der regel so sechs bis acht bis zwölf wochen zumindest im moment also wer lust hat oder lust bekommen hat der ist herzlich eingeladen an unseren drei standorten in darsing mühlheim oder hamburg also mühlheim-kerlich bei koplenz nicht das nördlicher gelegen vorbeizukommen und sich mal einen eindruck zu verschaffen lohnt sich tolles fahrzeug bis dahin macht's gut